Man stirbt mit mehreren Messerstichen im Garten. In dem kleinen Dorf Köthel im Kreis Herzogtum Lauenburg ist es in der Nacht zum Freitag zu einem Tötungsdelikt gekommen. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein 51-Jähriger am Freitagmorgen tot aufgefunden. Ein Sprecher des Lübecker Polizeilagedienstes zu Bild. Wir ermitteln wegen eines Kapitaldeliktes. Anwohner hatten den Mann um kurz vor 8 Uhr morgens im Garten gefunden und die Polizei alarmiert. Sie wurden stutzig, weil die Hühner auf dem Hof nicht versorgt wurden. Das Opfer war unter anderem mit der Gartenarbeit für eine Behinderteneinrichtung betreut. Am Morgen sperrte die Polizei den Tatort um das Haus in der Straße Donnerblock weiträumig ab. Kriminaltechniker sicherten Spuren, doch die Hintergründe in dem Fall sind derzeit noch völlig unklar. Der Lübecker Staatsanwalt Christian Braun war zu Bild. Bislang gibt es keinen Tatverdächtigen. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Wir sind Bild und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Das war der Lübecker Dorf von Mo Bern